Karl Marx, 1818 bis 1883 Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Der junge Mann, Doktor der Philosophie, der diesen Gedanken 1848 in sein Manuskript niederschreibt, ist sich der Tragweite seiner Worte kaum bewusst. Dieser Satz kennzeichnet einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Philosophie, die bis dahin nur um ihrer Selbstwillen betrieben wurde. Dieser Satz begründet auch das Denkgebäude, das wir heute als Marxismus bezeichnen. Karl Marx, Philosoph, Soziologe und Politiker in einer Person, hat das Bewusstsein der Menschen verändert und die Geschichte bedeutend geprägt. Er hatte die Vision einer klassenlosen Gesellschaft, in der soziale Gerechtigkeit herrscht und ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen möglich ist. Gerade um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Klassengegensätze zwischen den immer ärmer werdenden Arbeitern und den immer reicher werdenden Kapitalisten enorm. Karl Marx kämpfte gegen diese Zustände sein ganzes Leben lang an. Der unbequeme Philosoph war daher für die bestehenden Monarchien der damaligen Zeit ein Revolutionär und Staatsfeind. In seinem Buch »Das Kapital« legte er ausführlich dar, wie und auf welcher Grundlage die veränderte Welt entstehen soll. Mit dieser wissenschaftlichen Analyse des Kapitalismus hatte er wie kein anderer Philosoph einen weitreichenden Einfluss auf die praktische Politik. Im Landstädtchen Trier, das damals gerade einmal 12.000 Einwohner hatte, wird Karl am 5. Mai 1818 als drittes Kind von Heinrich und Henrietta Marx geboren. Seine Eltern stammen aus alteingesessenen jüdischen Rabbinerfamilien. Sein Vater ist ein angesehener Jurist. Als der kleine Karl sechs Jahre alt ist, sieht sich der Vater gezwungen, mit der ganzen Familie zum Protestantismus zu konvertieren. Als Jude unter der preußischen Obrigkeit mit ihren judenfeindlichen Gesetzen hätte er sein Amt als Justizrat sonst nicht weiterführen dürfen. Durch den Übertritt sichert er der Familie zwar einen hohen Lebensstandard und seinem Sohn eine finanziell sorglose Kindheit, innerhalb der Familie kommt es aber zu heftigen Auseinandersetzungen. Marks Großvater, der Rabbiner ist, kann die Abwendung vom jüdischen Glauben nicht verwinden. Den Streit in der Familie bekommen natürlich auch die Kinder mit, und so verwundert es nicht, dass Karl, der das Gymnasium der Stadt Trier besucht und mit 17 Jahren einen hervorragenden Abschluss macht, im Fach Religion schlechte Zensuren erhält. Er weigert sich, sich mit religiösen Themen auch nur im Entferntesten zu befassen. Schon zu seiner Schulzeit ist für Karl klar, dass er Großes in der Menschheitsgeschichte bewirken will. In einem Aufsatz schildert er, dass er sein Lebensziel nicht im Erreichen einer glänzenden, gesellschaftlichen Stellung, sondern in der Arbeit für die Menschheit sieht. In Bonn beginnt Karl zunächst das Studium der Rechtswissenschaften. Er studiert in Berlin weiter und folgt dem Rat seines Vaters, zur Ablenkung vom Paragrafen Pauken zusätzlich Vorlesungen in Philosophie und Geschichte zu hören. Gern nimmt der junge Karl diesen Ratschlag an, da ihn das trockene Jurastudium anödet. Stattdessen begeistert ihn Hegels Philosophie, die sein Denken entscheidend beeinflussen wird. Als Karl, inzwischen 18 Jahre alt, in den Semesterferien nach Hause kommt, verliebt er sich unsterblich in Jenny von Westfalen. Sie ist die Tochter eines mit der Familie befreundeten Barons. Auch Jenny empfindet tiefe Zuneigung zu Karl. Doch weder seine noch ihre Familie sind mit der Verbindung einverstanden. Denn wer ist Karl schon, ein einfacher Student, den tausend Dinge durch den Kopf gehen? Als er sich im folgenden Jahr dennoch heimlich mit der viel umworbenen Jenny verlobt, kommt es zum Eklat mit seinem Vater. Wie kann ein Student mit der Verlobung eine bürgerliche Verpflichtung eingehen, die er nicht im Geringsten erfüllen kann, noch dazu mit einer Frau aus einer angesehenen und einflussreichen Adelsfamilie? Karl ist tief verletzt. Diesen Konflikt mit dem Vater kann er allerdings nicht mehr lösen. Der Vater stirbt im Frühjahr 1838. Das intensiv betriebene Philosophiestudium, in dem sich Marx neben Hegel auch mit der spätgriechischen Philosophie auseinandersetzt, schließt er mit 23 Jahren in Jena mit der Doktorarbeit über den antiken Materialismus ab. Im Weltverständnis des antiken Materialismus besitzt die Materie größere Bedeutung als der Geist. Diese Auffassung teilt Marx und entwickelt daraus den historischen Materialismus. Hier bestimmen die materiellen Lebensbedingungen in einer Gesellschaft sogar das Denken und das Bewusstsein der Menschen und sind somit für die Entwicklung der Geschichte ausschlaggebend. Marx genießt durch seinen philosophischen Verstand in seinem Umfeld großes Ansehen. Ein Freund beschreibt ihn in einem Brief folgendermaßen, Du kannst Dich darauf gefasst machen, den größten, vielleicht den einzigen, jetzt lebenden Philosophen kennenzulernen. Dr. Marx, so heißt mein Abgott, ist noch ein ganz junger Mann, der der mittelalterlichen Religion und Politik den letzten Stoß versetzen wird. Denke Dir, Rousseau, Voltaire, Lessing, Heine und Hegel in einer Person vereinigt. Leider wird ihm an der Universität dennoch keine wissenschaftliche Stelle angeboten und so beginnt Marx seine Berufslaufbahn bei der Rheinischen Zeitung als Redakteur. Durch die journalistische Tätigkeit erfährt er von den Lebensumständen der Arbeiter. Sie verrichten in den neu entstehenden Fabriken schwere und monotone Tätigkeiten und arbeiten bis zu 14 Stunden am Tag. Selbst Schwangere müssen weiter arbeiten, um mit ihren Familien überleben zu können. Das führt zu unbeschreiblich schlimmen sozialen Verhältnissen. Karl Marx ist über diese Ausbeutung durch die Kapitalisten wütend und empört. Seine sozialkritische Phase beginnt. In der Auseinandersetzung um eine gerechte Staatsordnung studiert Marx zahlreiche Gesellschaftstheorien. Ging sein Lehrer Hegel in seiner Staatsphilosophie noch davon aus, dass die Kraft, die die Geschichte vorantreibt, in einem Weltgeist ihren Ursprung hat, so stellt sich für Marx die Entwicklung der Geschichte genau umgekehrt dar. Seine These lautet, ausschlaggebend für die Geschichte sind die Veränderungen der materiellen Lebensbedingungen. Denn die sind es, die das Denken und das Bewusstsein der Menschen bestimmen. Marx hat die Vision von einem Staat, der es den Menschen ermöglicht, in Freiheit eine erfüllende Arbeit auszuüben. Dadurch soll jeder gut und ohne Not leben können. Unter diesen optimalen Bedingungen würde seiner Meinung nach der Verlauf der Geschichte ganz anders aussehen als unter schlechten materiellen Lebensbedingungen. Marx setzt damit der Zeit der großen philosophischen Systeme, wie sie bis Hegel erstellt wurden, ein Ende. Für ihn muss sich Philosophie mit der wirklichen Welt beschäftigen und demnach eine Handlungsphilosophie sein. Im Sommer 1843 kündigt er seine Stelle in der Redaktion der Rheinischen Zeitung. Er sieht seine Möglichkeiten in Deutschland ausgeschöpft und wünscht sich für die Umsetzung seiner sozialen Anliegen eine größere, eine europäische Bühne. Da kommt ihm das Angebot seines Freundes Arnold Ruge, gerade recht in Frankreich die deutsch-französischen Jahrbücher mit zu publizieren. Als Gegenleistung sichert ihm Ruge ein festes Einkommen zu. Endlich kann Marx daran denken, eine Familie zu gründen. Nachdem auch Jennys Vater zwischenzeitlich gestorben ist, steht einer Heirat nichts und niemand mehr im Weg. Und so geben sich die beiden nach siebenjähriger Verlobungszeit am 12. Juni 1843 das Jahrwort. Die junge Ehe beginnt mit einem Umzug nach Paris, damit Marx seine Stelle als Herausgeber der Jahrbücher antreten kann. Doch er überwirft sich mit Ruge und die neue Zeitschrift erscheint nur ein einziges Mal. Im Mai des kommenden Jahres wird bereits seine erste Tochter, die nach der Mutter Jenny genannt wird, geboren. Da durch den Wegfall seiner Redakteurstätigkeit das erhoffte Einkommen ausbleibt, muss sich Karl von Freunden in Köln Geld leihen. In anderer Hinsicht ist die Zeit in Paris jedoch ein enormer Gewinn. Sie ist der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Marx trifft dort mit dem Wirtschaftswissenschaftler Friedrich Engels zusammen. Die beiden sind nicht nur sehr ähnliche Persönlichkeiten, sondern sie erkennen eine komplette Übereinstimmung ihrer Ansichten. Es waren allerdings unterschiedliche Wege, die sie zu ihrem gemeinsamen Standpunkt führten. Marx kam zu seinen wirtschaftspolitischen Erkenntnissen über theoretische Studien, Engels über die Arbeit in der Textilfabrik seines Vaters. Sie werden von nun an eng zusammenarbeiten und es sollen eine Menge gemeinsam verfasster Schriften entstehen, darunter das für den Marxismus so bedeutende kommunistische Manifest. Die Familie Marx lebt gerade einmal zwei Jahre in der französischen Hauptstadt. Da wird Marx auf Betreiben der preußischen Regierung als Aufrührer verurteilt. Umgehend muss er aus Paris flüchten. In Brüssel tritt er dem Bund der Kommunisten bei, der mit der Parole Proletarier aller Länder vereinigt euch berühmt geworden ist. Marx kann sich mit der bestehenden Monarchie nicht mehr identifizieren und macht deshalb Nägel mit Köpfen. Er tritt aus dem preußischen Staatsverband aus und führt nun ein Leben als Staatenloser und Revolutionär. Von nun an ist seine theoretische Arbeit untrennbar mit seiner Person und seinem politischen Werk verbunden. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Diese revolutionären und vorausschauenden Worte des kommunistischen Manifests nehmen in Frankreich Gestalt an. Im Februar 1848 bricht die Revolution aus. König Leopold von Belgien ist bestürzt über die Unruhen und Aufstände im Nachbarland und fürchtet, der Funke könne überspringen. Um dies zu verhindern, ordnet er an, alle Straßen von verdächtig erscheinenden Ausländern zu räumen. Marx wird verhaftet und muss, ebenso wie seine Frau Jenny, eine Nacht mit niederem Gesindel in einer Zelle verbringen. Am folgenden Tag wird der Arrest zwar aufgehoben, doch der deutsche Aufrührer und seine Familie müssen umgehend das Land verlassen. Die Familie kehrt nach Köln zurück. Marx nimmt wieder eine Stelle als Redakteur an, diesmal bei der Neuen Rheinischen Zeitung als Chefredakteur. Der gerade einmal 30-jährige Marx steht schon zu dieser Zeit an der Spitze einer weitreichenden Volksbewegung. Seine Arbeit sichert der Zeitung so großen Erfolg, dass einflussreiche Stadtväter eine weitere Herausgabe nach nur einem Jahr verbieten. Marx wird der Prozess wegen Aufheizung zur Rebellion gemacht. Er wird zwar freigesprochen, muss jedoch erneut ins Exil gehen. Wieder heißt es für die inzwischen fünfköpfige Familie Koffer packen, um sich eine neue Bleibe zu suchen. Und das ohne einen Pfennig in der Tasche. Von Jennys Mitgift ist ihnen nur noch das Besteck geblieben, für das sie im Pfandhaus 200 Gulden bekommen. Damit kehren sie Deutschland für immer den Rücken. Nach einer anstrengenden Reise durch Deutschland und Frankreich kommt die Familie Marx in London an. Für sechs Jahre wohnen sie in der Dean Street 28, mitten in Soho. Zu jener Zeit ist dies das ärmste und heruntergekommenste Viertel ganz Londons. In der Zwei-Zimmer-Wohnung wird die Tochter Franziska geboren, die mit noch nicht einmal einem Jahr an einer Bronchitis stirbt. Selbst der kleine Sarg, in dem sie beerdigt wird, ist mit geliehenem Geld bezahlt. Der langjährige Freund Friedrich Engels lindert mit Geldgeschenken die ärgste Not der Familie. Trotz aller widrigen Umstände beginnt Marx mit der Arbeit an seinem Hauptwerk, das Kapital. Darin gibt er dem Befreiungskampf der Arbeiter eine wissenschaftliche Grundlage. Zum Schreiben besucht er regelmäßig den Lesesaal des Britischen Museums. Hier erarbeitet er das Konzept des wissenschaftlichen Sozialismus, der später Marxismus genannt werden sollte. Nebenbei schreibt er Artikel für die New York Tribune. Doch der spärliche Verdienst reicht bei weitem nicht aus für die große Familie. Es kommt der Tag, an dem Marx auch seinen letzten Anzug verpfänden muss und nun die kleine Wohnung nicht mehr verlassen kann. Zu allem Unglück werden seine Frau und seine Tochter Jenny krank. Doch das wenige Geld reicht nicht einmal für ausreichend Brot und Kartoffeln, geschweige denn für die notwendigen Medikamente. Im Jahr 1855 wird seine vierte Tochter Elianor geboren. Doch schon kurz nach diesem freudigen Ereignis stirbt sein einziger Sohn Edgar im Alter von neun Jahren an Tuberkulose. Marx wird den schmerzlichen Verlust nie verwinden können. In einem Brief schreibt er einige Monate später an seinen Freund Friedrich Engels, »Ich hatte schon viel zu erleiden, doch erst jetzt weiß ich, was wahres Unglück ist.« Das Elend wird immer größer und nach zehn Jahren hat die Familie Marx alles verloren. Sie suchen eine Bleibe für die älteste Tochter Jenny und ziehen selbst ins Armenhaus. Doch trotz dieser schwierigen Lebenssituation verliert Marx nicht den Mut und behält seinen ungebrochenen Optimismus. Der Retter in der Not ist wieder einmal Engels. Mittlerweile Besitzer der väterlichen Fabrik übersendet er dem Freund die stolze Summe von 100 Pfund Stirling. Und dank einer unerwarteten Erbschaft kann die Familie Marx nun endlich der Armut den Rücken kehren. Trotz der harten Rückschläge hat Marx die letzten 18 Jahre seine gesamte Energie in die Arbeit an seinem Meisterwerk der Wirtschaftswissenschaften, »Das Kapital«, investiert. In einem enthusiastisch vorgetragenen Monolog stellt Karl Marx dem Verleger Otto Meissner die Grundzüge seines Werkes vor und meint abschließend mit schwermütigem Humor, »Ich glaube nicht, dass schon jemals jemand so viel über Geld geschrieben hat, der so wenig davon besitzt wie ich.« Den Aspekt des Geldes hat er in diesem Buch, dem noch drei weitere folgen sollen, von allen Seiten beleuchtet. Seine Hauptkritik richtet sich gegen die kapitalistische Ausbeutung der Arbeiter, die für ihre Arbeit nicht den Lohn erhalten, der ihnen eigentlich zusteht. Denn der Arbeiter erwirtschaftet mehr Geld, als er als Lohn ausgezahlt bekommt. Selbst wenn man noch andere Kosten, wie beispielsweise die Produktionskosten vom Verkaufswert abzieht, bleibt immer ein Anteil übrig. Diesen nennt Marx Mehrwert oder Profit. Das bedeutet, dass der Kapitalist einen Wert an sich reißt, den eigentlich der Arbeiter geschaffen hat. Deshalb lautet seine Lösung eine klassenlose Gesellschaft, in der die Produktionsmittel, beispielsweise die Fabrikhallen oder Maschinen, der Gemeinschaft gehören, also eine kommunistische Gesellschaft. 1871 kommt Marx aufgrund seiner Kritik des Gothaer-Programms mit den Führern der sich rasch entwickelnden Arbeiterbewegung in Kontakt und es entsteht ein reger Briefwechsel. Er wird Mitglied der ersten internationalen Arbeiterorganisation, die aufgrund interner Streitigkeiten aber bald zerfällt. Marx zieht sich aus dem politischen Leben immer mehr zurück und widmet sich dem Schreiben seines Lebenswerkes. Denn bislang ist erst der erste Band seines Kapitals erschienen und von den drei weiteren Bänden steht nur das Konzept. Da wird seine geliebte Frau Jenny schwer krank. Sie leidet unsägliche Schmerzen. Karl, inzwischen ebenfalls an Tuberkulose erkrankt, weicht nicht von ihrer Seite. Als Jenny stirbt, ergreift ihn eine tiefe Depression. Ein Jahr und drei Monate später schläft er selbst, im Alter von 65 Jahren, in seinem Lehnstuhl im Arbeitszimmer für immer ein. Am 14. März 1883 wird er auf dem Londoner Friedhof Highgate beerdigt. Friedrich Engels überlebt den Freund um zwölf Jahre. Er gilt bis zu seinem Tod als die große Autorität des sich nun ausbreitenden Marxismus und ist rastlos tätig, das Marx'sche Werk in der Öffentlichkeit zu fördern und durchzusetzen. In seinem Buch »Das Kapital« legt er ausführlich dar, wie und auf welcher Grundlage die veränderte Welt entstehen soll. Mit dieser wissenschaftlichen Analyse des Kapitalismus hatte er wie kein anderer Philosoph einen weitreichenden Einfluss auf die praktische Politik. Im Landstädtchen Trier, das damals gerade einmal 12.000 Einwohner hatte, wird Karl am 5. Mai 1818 als drittes Kind von Heinrich und Henrietta Marx geboren. Karl Marx, Philosoph, Soziologe und Politiker in einer Person, hat das Bewusstsein der Menschen verändert und die Geschichte bedeutend geprägt. Er hatte die Vision einer klassenlosen Gesellschaft, in der soziale Gerechtigkeit herrscht und ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen möglich ist. Gerade um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Klassengegensätze zwischen den immer ärmer werdenden Arbeitern und den immer reicher werdenden Kapitalisten enorm. Karl Marx kämpfte gegen diese Zustände sein ganzes Leben lang an. Der unbequeme Philosoph war daher für die bestehenden Monarchien der damaligen Zeit ein Revolutionär und Staatsfeind. Seine Eltern stammen aus alteingesessenen jüdischen Rabbinerfamilien. Sein Vater ist ein angesehener Jurist. Als der kleine Karl sechs Jahre alt ist, sieht sich der Vater gezwungen, mit der ganzen Familie zum Protestantismus zu konvertieren. Als Jude unter der preußischen Obrigkeit mit ihren judenfeindlichen Gesetzen hätte er sein Amt als Justizrat sonst nicht weiterführen dürfen. Durch den Übertritt sichert er der Familie zwar einen hohen Lebensstandard und seinem Sohn eine finanziell sorglose Kindheit, innerhalb der Familie kommt es aber zu heftigen Auseinandersetzungen. Marks Großvater, der Rabbiner ist, kann die Abwendung vom jüdischen Glauben nicht verwinden. Den Streit in der Familie bekommen natürlich auch die Kinder mit und so verwundert es nicht, dass Karl, der das Gymnasium der Stadt Trier besucht und mit 17 Jahren einen hervorragenden Abschluss macht, im Fach Religion schlechte Zensuren erhält. Er weigert sich, sich mit religiösen Themen auch nur im Entferntesten zu befassen. Schon zu seiner Schulzeit ist für Karl klar, dass er Großes in der Menschheitsgeschichte bewirken will. In einem Aufsatz schildert er, dass er sein Lebensziel nicht im Erreichen einer glänzenden gesellschaftlichen Stellung, sondern in der Arbeit für die Menschheit zieht. Karl Marx, 1818 bis 1883 Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Der junge Mann, Doktor der Philosophie, der diesen Gedanken 1848 in sein Manuskript niederschreibt, ist sich der Tragweite seiner Worte kaum bewusst. Dieser Satz kennzeichnet einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Philosophie, die bis dahin nur um ihrer Selbstwillen betrieben wurde. Dieser Satz begründet auch das Denkgebäude, das wir heute als Marxismus bezeichnen.